Scheiße, Sie sind lieber ein. Ja, wir sind zwar einige. Genau, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie werden Teil des Schiffswass. In den Schiffen könnten immer noch Baffen und Nuklear-Teile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle vier. Wir schalten Sie auf dein Zeichen aus. Mein Zeichen? Okay. Und los. Hier ist da noch einer. Sicher. Vorrat. Ah, der umgebracht. Du hast gerade mal einen erwischt. Ich habe dir drei oder vier erledigt. Skateau, hier ist Textzone. Zitle zusammen mit Baffen und zähle nicht in Sicht. Das Ziel ist in Bewegung. Müsst euch beeilen, sonst ist eure Chance dahin. Okay, wir versuchen es. Ein U-Boot, mal eben hier. Ein kleines. Meere sogar. Die bergen hier irgendwas. Egal, wir schwimmen einfach weiter. Möchte hier unten bleiben. Und bringen. Bring das um, oder was? So eine gute Position zum Plakieren. Habe ich. Komm. Wollen wir? Ja, mach. Schieß. Ja klar, wir haben ja auch auf die geschossen. Wow, mit was schießen die denn hier unten? Ich bin hier. Leider ist hier einer bei mir. Ehe drücken, ehe drücken, ehe drücken, ehe drücken. Er hat mich leider zuerst erwischt. Gut, ist gerade nicht, wie es vorher gespeichert worden ist. Okay. Den haben wir. Ups, sie wissen, dass wir hier sind. Jawohl. Jetzt kommt es wieso gleich wieder einer, der mich erwischen wird. Ist mit Sicherheit so vorgegeben von dem Spiel. Ehe drücken, ehe drücken, ehe drücken. Ich weiß schon. Kein Problem. Weiter geht's. Der auch. Der oben ist noch nicht erledigt. Die Ladung abschließend auch gut. Kein, wo bist du? Kein, Kein. Kein. Da. Wo bist du denn? Da. Muss man ihm nachladen, ne? Machen wir mal eben. Wir gehen unten durch die Hölle. Wieso soll ich ihn kontrollieren? Ich habe keine Anzeige dafür. In Ordnung. Wir gehen weiter runter. Behalte den Tiefenmesser am Rauke. Was für ein Tiefenmesser? Ich sehe hier keine Anzeige. Wo bist du denn? Da. Wo willst du hin? Da durch. Da. Na, eben mit nur seiner Höhle, genau. Wir empfangen starke Tsunami in eurem Bereich. Dieser Wasserdruck könnte tödliche Auswirkungen haben. Was ist er jetzt hin? Halte die Flaschen um und den Kopf unten. Machen wir. Das kriegen wir auf keinen Fall aus. Wir müssen uns hier durchschneiden. Machen wir. Schneiden muss man hier durch, komm. Und los. Ah, ist offen. Guck mal. Jojo. Wie in Deckung? Wo soll ich hingehen? Umschalten, um schnell zu schwimmen. Umschalten, das so. Schnellschirm, schnellschirm. Verfolgen wir das Ziel, können aber nicht angreifen. Verstanden, Zwei. Zieht euch sofort zurück. Negativ, negativ. Wir suchen einen anderen Weg. Ja. Ging, wo willst du denn hin? Rein in den Leuchtturm. Alles klar, ich hänge überall fest. Der will rein in den Leuchtturm. Komm, schneller, 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 schneller. Oh, das war knapp, würde ich sagen. Na dann. Und jetzt? Erfalten, um was? Ja, ich hab's ja schon ausgerechnet. Okay. Bam. Ja, weiß ich. Oh, Druckwelle. Der Leuchtturm kippt um. Oh, shit. Ja, ich halt mich fest. Hier so. Das sieht gut aus. Will mit dir, Logan. Alles okay? Linke Maus. Linke Maus. Ich drücke ja schon. Ja, ja, ich bleib bei dir. Ja, es ist ne gute Idee. Gut. Danke. Alles bestens. Oh, shit. Ein Hubschrauber unter Wasser. Hallo. Ist das nicht nur zu retten? Ja, hauen wir mal ab, ne? Sammeln sie sich mit dem Treffpunkt. Glaube ich. Ich kann nicht schneller schwimmen, warum nicht? Ich drücke umschalten und kann nicht schneller schwimmen. Also er macht zwar zu schnell über diese Schwimmbewegung, aber nicht oft. Wie ist der Kickin so schnell? Vorhin war er noch zu lange, aber jetzt ist er zu schnell. Oh, was ist denn da oben los für eine Aktivität? Boah, wie kommt denn da von euch? Hier noch los, los! Wir sind links! Ich muss erst nachladen. Tut mir leid. Da haben wir noch mal nach. Nein! Ich hab schon hier diese Taste gedrückt. Man sollte echt diese Windows-Taste ausstellen. Ich muss noch mal hier zwischendurch beenden und noch mal neu starten, aber diese Windows-Taste ist echt nervig. So läuft die auch immer wieder. Ich denke, jetzt kann man ihn ja trotzdem noch gut zusammenschneiden. Es gibt nichts verloren hier. Hoffe ich zumindest. So, und jetzt aufteilen. Wo ist der andere? Eeeeee! Ja, ja, komm. Den habe ich. Ist alles easy. Alles gut mit mir. Mit dir auch? Gut. Sind wir clear? du willst so lange okay ich schon hinterher alles sauber kommt das noch ein taucher ich weiß ich bin halt gut bist du eigentlich wo ist er denn jetzt gegen ich habe ihn verloren kriegen da unten müsste wenn wir auftauchen das bot daneben darum also willst weiter in die richtung ja jetzt stimme ich in die richtung wenn du das willst ja ich merke schon in der schifter ja ist gut macht wasserbomben für zwei taucher verstehst du klar aber ja so nur sagt hat der ausmacht schon mal gemacht gut wenn er das so meint er müsste das so machen sicher hier fällt immer so viel runter und alles ich auch so hier ist keiner hier unten wir sind wir alleine im Moment zumindest das ist ein gutes zeichen das ist ein gutes zeichen hoffentlich haben sie kein hunger mehr den heilen erschießen wir einfach das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus wieso weil es eingespielt ist wir müssen nur einander ein ich gehe vor ich gehe vor dann mach mal bleib hier und gib mir Deckung jo meinst du ich grebe ein haier an oder was dann kann ich den umbringen natürlich nicht daher hat mich gefressen ja dann lassen wir ihn halt vorbeischwimmen bevor ich irgendwas mache langsam und auf abstand bleiben ja ja mach ich ich versuche mein glück versuche ihre bewegung vorauszahmen ohne sich zu sehen ist klar wo bist du denn aus schon da ok eigentlich ist nur der der schlimme ich hinter dem bleibe dürfte eigentlich kein problem sein ne und der da oben ja ich bin schon raus alles klar was machen die denn hier die haie ey wie sollen wir die anderen leichen fressen die schon da sind noch mehr haie ich bleib weg von dem Fenster durch die luke los durch die luke die da ok wenn du sagst gegen ich bin da ganz seiner meinung ich vertraue dir einfach mal ja kein problem wir leben doch alles erledigt klingt doch gut also raus hier und bei allem hing rock über mir wie eine schwarze wolke wir hatten eine bohrinsel zerstört eine ganze flotte weggelockt ein zerstörer versenkt doch da war diese eine frage wo ist rock hier vor uns wirklich so gut wie ein geist aber was war diese sound lecks das ist ja so nervig da war etwas in dieser fabrik und die föderation wollte nicht dass wir es sahen doch wir waren gerade dabei herauszufinden was es war das ist echt nervig diese videos auf pc dass das so nicht klappt das ist echt mehr als nervig ich bin da ich habe ein messer du auch könnte auch eine waffe geboren haben ok ich bin bereit du auch sind erledigt gehen zu eingang a ich hänge fest warte merik warte auf mich ich hänge fest da sind die anderen ok das wäre nur einer was soll's sag an